Ich glaube wir sind den anderen davon gefahren. Ne, wir sind neben... Achso, du meinst die Gali? Ja. Die Gali ist nicht mehr zu sehen. Ahja, Chris, du meintest doch letztes Mal irgendwie... Flo hätte gemeint, man sieht den Fortschritt von dem 4-Raid. Ja, genau. Also ich hab mal drauf geachtet, aber... ...der Wolke sind keine Zähne ausgefallen. Achso, ah ok. Na gut, dann... Geht mir nix. Wir hatten letztens auch das Thema, ob man bei einem Flammenschädel die Aufladung sieht. Das ist angeblich auch der Fall. Aber ich hab's noch nicht rausgefunden, wo man das genau sieht. Also der fängt dann... Der grüht ja am Anfang und je weniger der dann drin hat, umso schneller... ...also umso weniger brutzelt er dann. Ah ok, naja, dann ist das schon so. Man weiß es bloß nicht genau, wo man sieht. Also hier, man muss das letztes Mal nicht... ...wann es genau sieht. Aber das ist allgemeines Glühen wahrscheinlich. Ja. Es geht los. Es geht los. Es geht los. Attacker! Attacker! Segel vorne hoch machen, Helmut. Mhm. Ich bin schon dabei. Du hast Kanone? Kali schon links und rechts. Hab ich auch. Und rechts. Ich schieße sie beide erstmal, bevor wir getroffen werden. Gehen wir uns mal näher ran. Ja. 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 Ich kann jetzt nicht weiter rüber, sonst haben wir auf den Felsen. Geh mal reparieren. Ja. Ja. Schaloppe müsste aber gleich untergehen. Ja, denke ich auch. Geh dreht. Geh dreht. Wollen wir einen Anker-Turn machen? Ja. Anker. Ja. Jetzt auf der rechten Seite dann den 1-Master. Du meinst links. Nee, rechte Seite. Scheiße. Ja. Geht schon unter. Die Schaloppe geht unter. Dann auf den 3-Master, aber trefft's nicht unsere, gell? Ihr habt ja nur 2-Masters. Ich hab die Aufgabe, ich soll auf Schiffe schießen. Ja. Das hab ich mir auch gerade gehört. Ich fahr jetzt so vorbei, dass ihr von der linken Seite schießen könnt. Schnell. Denk's wieder rüber. Ja, sorry, wenn ihr wechseln müsst. Achtung, die schießen jetzt auf uns. Ah, alle Leuchner gestopft. Ihr seid ja das mit Gold, gell, Manu. Die rechten jetzt. Jetzt könnt ihr schießen. Hallo, wir haben einen leuchtenden Wolf. Bisschen beidreht. Hier, ich dreh schon. Das Ding ist schwerfällig. Ich weiß. Glaub ich nicht, dass das so schwerfällig ist. Entspann. Uh, jetzt wollen wir mal aufpassen, dass wir beide uns nicht... Ich glaub, sie hängt am Felsen. Oh ja. Ja, sie hängt. Ich bin schon am Drehen. Ich kann nicht weiter, aber... Es passt schon, es passt, es passt, es passt. Machen wir den Siegel vor... Äh, Siegel vor, ich bin so gut. Ja, jetzt haben wir wieder so Rückenwind, dann drehen wir wieder schnell. Es ist zu fast. Ja, stimmt. Jemand drüber helfen. Ja. Muss gar nichts mehr. Nein. Nein. Nein, nein. Ah! Ich glaub, das war ne Ankerkugel. Ja. Jetzt ist halt wieder gelichtet. Ich hab schon repariert. Ja. Ja. Alles gut, die... Wir können ruhig weiterfeuern. Wir haben noch keine Ankerkugeln mehr. Ja. Überhaupt keine mehr. Das geht schneller, als du gucken kannst. Ja, Leute ballern. Wir haben noch ziemlich im Inventar. Wir müssten... Ja, ich... Wir müssen dann auf jeden Fall, wenn was untergeht, auch mal einsammeln gehen. Sie müssen die Lagerkisten. Ja. Ja. Schade. Da hinten ist ein Wrack. Super. Wir sind irgendwie aus dem Gebiet raus. Dreht ab. Achtung, ihr könnts jetzt links gleich wieder schießen. Weich. Wir wurden getroffen. Oh, scheiße. Und Ankerkugeln auch noch. Und wird drehen. Okay, dann rechts jetzt. Patrick, Anker hoch. Nicht schießen. Anker hoch. Erst in Anker. Wenn wir jetzt zu viele Kugeln haben, dann sollten wir nicht zu viele verschießen, wenn sie so weit weg ist. Ja. Hemu, du bist am Loch? Wir haben kein Loch. Echt? Ich hab grad geguckt. Ist alles trocken. Okay, gut. Dann wieder hoch und weiter schießen hier. Rechts von uns jetzt. Wartet's, bis wir näher dran sind. Ja. Ja. Dann muss es schwerfällig sein. Ja. Halte ich den jetzt auch noch mal wieder zurück. Sieht eigentlich irgendjemand Fässer? War es nicht? Oh, die haben schon wieder... Anker... Die haben schon wieder den Anker unten. Hier uns zu safen. Gleich da. Ach, scheiße. Ach, da hinten. Ach, da hinten. So, wie ging das? Patrick, geh runter zum Reparieren. Ach, die schießen von vorne. Die treffen. Boah! Da sitzt doch ein Sniper dran. Kanon-Sniper. Die gehen unter. Die gehen unter, oder? Die gehen unter, ja stimmt. Helmut, hast du gut gemacht. Vier. Ist auch repariert schon. Wir brauchen definitiv eine Lagerkiste. Und, alles zu? Ja. Macht's mal nen Anker nochmal hoch. Ja. Zielen sie auch mal nen Anker sonst? Gleich. Ja, mach mal. Das sind Fässer im Wasser. Oh, nice. Fässer. Ja, dafür sind wir nur leid, um wieder zu weit. Okay. Ach, komm. Ja. Ja. Für die Fässer vor uns sind es soweit. Ja. Da haben wir nen Anker gesetzt und fahren wir nochmal ein Stück vor. Ich mach nen Anker wieder hoch. Ich helf. Nein, da kommt die nächste Welle. Ja, nur gleich kommen auch die Sachen hoch. Ja, ist das doch immer so. Sowieso. Ja. Ah, jetzt komm schon. Ähm, rechts von uns. Da sind sie. Rechts von uns. Die, die uns gleich reinfahren. Ja, die uns reinfahren. Helmut, nicht. Ähm. Der ist undichtig. Das Schiff. Ja, shit. Fass mal, also auch wenn wir jetzt nicht alles holen werden. Alles mal an, damit wir dann wenigstens nen Ruf für den Schnitter haben. Ja. Ich seh nix. Das ist meiner Wellengang. Ich schieße ins Blaue. Schau mal schon. Haben wir die Segel wieder hoch? Ja. Ja. Ah, ich hab eine Lagerkiste erwischt. Nice. Ich hab hier noch eine. Hier schwimmt noch eine. Ich komme. Ach, das kommt ja nicht an mich. Aber danke. Ich dachte, du hast sie da hart. Nein, ich hab sie da hingelegt. Ich schaff sie aber. War nur zu preis, die sind gut untergegangen. Schade. Ja. Ich hab den Scheißjubel in die Hand nehmen. Ach du Kacke, jetzt kriegt der Vulkan auch noch was. Noch was? Wir? Ja. Ja. Dich. Ja, klar. Ja, ich hab nen Schädel in der Hand gehabt. Oh shit. Ah, rechts. Wir fahren mal weg da. Die reparieren. Ja. Au. Oder auch nicht. Ich hab voll Eis auf den Kopf gekriegt. Haha. Oh, rechts. Keine Wiederbeleben. Wir müssen auch hier weg, der Scheißvulkan. Boah, ich benutze das Wasser zum Löscheln von unten. Ja, ich verbrenne gleich. Machst du wieder kein Fressen? Ja, ist alles. Nur hier. Nee, klar. Achtung, wir brennen vorne. Ja, wir brennen nach nem Steuerland. Ja, und ich bin tot unter Deck. Warte, wo bist du? Wo bist du? Warte, wo bist du? Warte, wo bist du? Warte, wo bist du? Ach so, passt gut. Ich bin doch da. Ich kann auch mehr Leute wieder betreten, wenn's gern. So, alles gelöscht. Passt Schaluppe auf links. Ey, ich baller dich. Na, noch nicht alles gelöscht hier bei mir. Jetzt müsste aber alles da wechseln. Ja, ok. Ihr macht mal, ich bin am reparieren. Oh. Ja, hatte eh schon paar genug zu treffen. Ich muss ja gleich auch untergehen. Ja, wir haben ein bisschen vorbei. Ey. Jetzt geht's runter. Ja. Sie geht runter. Warte hat aber noch gezählt. Nur zur Sicherheit. Nur zur Sicherheit. Warte, warte, warte. Nur zur Sicherheit. Warte. Scheiße. Noch getroffen. Unter Wasser. Wir steuern auf den Vulkan zu. Ja. Wenn du nur ein Stück bei drehst, nur nach links, könnten wir danach looten. Ja. Die Schelle kommt. Die Schelle kommt. Die Schelle kommt. Die Schelle kommt. Ja. Ich wollte die Segel, das wurde gerade aus und dann wurde ich erschlagen. Noch sehe ich noch nichts. Weder. Noch links. Da. Passt. Da. Ja. Die Schelle ist rechts. Links. Ihr könnt es links schießen. Ich habe die Lagerkräfte. Nicht gut. Ich nehme es ab. Ah. Hüt. Oh. 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 Geh mal runter. Reparieren. Ja. Sorry. Okay. Alles gut. Au. Ich komme so aufs Schiff. Oh oh. Masken. Und der Maske, glaube ich, ist der kaputt? Ja. Der ist gut drauf. Von vorne kann ich noch fliegen. Ich repariere. Der Vulkan hat mich schon wieder geschossen vor. Oben. Wir müssen hier raus. Ja, das sagt er schon die ganze Zeit. Wir müssen den Mast hochziehen. Ich muss was essen. Oder ich sterbe. Oh nein, ja. Ich habe kein Holz dabei. Sie geht. Mas nach oben. Weg. Ich glaube, das ging ja das Schiff, hoffe ich. Ja, wir haben sie versenkt. Der Lupo oder Gali? Gali. Da lief. Beim Erstaunen ging das sehr einfach. War es schon die Königskurli? Nee, oder? Nee. Der Mittlere steht. Der müsste aber fixiert werden. Ich habe Holz. Der Mittlere. Ja, ja. Steuerrad ist gelöscht. Anker ist leider im Arsch. Habe ich vielleicht gesehen. Roten ist alles repariert. Steuerrad repariert. Mast ist fixiert. Anker wird repariert. Lauf runter, du bist voll. Ja, das war jetzt auch mein verschütteltes Wasser. Hemel, kannst du mal die Fässer da vorne rechts holen? Mit der Harbune? Ah, halt. Also hier oben brennt es noch ein bisschen. Da müssen wir noch einmal einer löschen. Ich zieh schon mal den Mast drauf. Ich habe schon Wasser. Na ja, unten breit. Wir sind schon vorbei. Shit. Mast mal Säge runter, dass wir zu denen schneller kommen. Das ist noch Holz. Da müssen wir mal Kanone-Kugeln holen irgendwo. Wie bleiben wir noch unten? Unten? Wenn der Kompetenz-Kajute oben steht. Ja. Aber Wasser ist ganz schön viel. 17 in der Hand. 2 habe ich in der Hand. 19. Okay. Helmut, wie fahrst du? Ich habe noch 10 in der Hand. Also 27. Okay. So, Masten sind repariert. Fürs Segel vorne wieder Hofe. Noch eine Lagerkiste rausgeholt. Unser Arsch brennt. Tut es nicht mehr. Wenn du stehen bleibst, hätte ich dich gelöscht. Ich hört gar kein Wasser dabei. Irgendwo brennt es da noch. Ich höre es da noch. Ich habe das letzte ausgemacht. Ich habe ausgemacht das letzte. Ah, okay. Aber ich müsste mal gelöscht werden. Oh, da kommt das nächste Schiff. Wo? Ich sehe es nicht. Direkt vor euch. Okay. Schießen. Ach, da? Ne, jetzt schieße ich nicht. Weil sonst schieße ich auf die anderen. Also, ich habe vorher... Ich habe zwei, drei Sachen noch aus dem Wasser geholt. Es ist noch eine Lagerkiste. Steht vorne am Buch. Lagerkiste. Ja, hier steht eine. Hier auch. Also, ich habe hinten mal Segel gesetzt. Wir müssen ja mal wieder ein bisschen Pfad aufnehmen. Was sind wir denn? Ach, da vorne. Sicherheitshalber Holz mitgenommen. Kanonenkugeln habe ich keine. Essen habe ich und... Start. Essen ist auch in den Lagerkisten immer ein bisschen. Gut. Was machst du, Helmut? Harponieren. Ja, aber probieren. Oh, jetzt komm. Warte. Ähm, nicht einfach auf die Entfernung, bitte. Wir haben nicht mehr so viel. Achtung, Scheiße. Was sagen? Ja, ähm. Egal, wenn ich jetzt weiter beidrehe, kollisieren wir mit den anderen. Das ist jetzt schlecht. Also, ich fahre jetzt mal so. Wenn wir jetzt langsamer fahren können, ist es ein bisschen schießen. Ich reparier mal vor zum Vorsitzenden, aber noch die Mittel. Wir fahren schon wieder aus dem Gebiet raus, oder? Ja, ja. Ich schieße mich mal wieder. Okay. Alter, haben wir viele Löcher auf dem Zwischentag. Ja. Aber nur auf dem Zwischendeck. Ja, aber das sind die, die dann sehr schnell volllaufen, wenn wir doch mal zu viel Wasser drin haben. Aber das... Ja, okay, gut. Oh, solange wir gerade eh nicht schießen können, reparier ich sie mal. Das ist ein Waffen, aber nicht viel. Geister-Shit, ne? Ja, okay. Von rechts dann. Guck dir. Ja, das waren jetzt bestimmt schon. Löcher. Ja. Wir müssen mehr Segel... Wir müssen mehr Segel... Wir müssen mehr Mittelsegel, wenn es geht, noch setzen. Ja. Nein, falsch da. So reicht's? Ja, ne? Ja. Oder komplett? Ne, ne, nicht komplett, weil dann sehe ich überhaupt nichts mehr. Ja. Ich glaube, du kannst gerade fahren. Ja. Ja, eins auf! Eins auf! Eins auf! Danke! Aber der ist jetzt... Ja, wir kommen nicht zum Schießen. Ich helfe gleich, wenn ich die Löcher alle gestopfen habe, weil wir hatten jetzt Flips zum Löcher hier oben. Haben wir hier irgendwelche magische Fügel, irgendwas belastendiges? Nein! Nichts! Nein! Bavarian ist tot! Ne, klar. Einmal in der Hand. Was ist denn das? Achso, ne, er hat Wasser. Ah, Loli. Tot werden unter Schädel. Ja, ja, ne. Patrick, lass mich mal. Ich dachte, das wäre jetzt das Symbol gewesen dafür, dass er halt so liebt. Jetzt kämpfen wir auch. Und... Ich kann nicht so weit. Ja, war nicht. Ja, die fährt auch jetzt gerade von uns weg. Das ist halt... Kack. Das Problem ist, wenn ich jetzt schieße, dann wüsste ich ja die anderen. Ja, okay. Super. Wie gesagt. Das ist mir die Tote. Ähm, so ist scheiße. Also, jetzt kollidieren wir... Was macht ihr denn da? Wir machen am besten einen Anker-Turn. Meinst du? Ja, so ein leichtes... Oder ne, wenn die jetzt weiter fahren, dann passt. Ne, ja, schaffen wir. Ne, schaffen wir. Vor uns liegt auch noch Loot, ne, von dem einen Schiff. Direkt raus. Direkt raus. Direkt raus holen. Oder mal zumindest antatschen. Ja, da müsste jetzt jemand das Wasser oder so. Wir gehen mal kurz runter. Wir haben eh keine Kugeln mehr. Gut, ähm... Wir sind jetzt nur zu zweit auf dem Schiff. Das ist ein bisschen kacke. Ich komme gerade wieder. Helmut? Ja. Schiff, alles okay? Ja. Okay. Hier haben Siegelkugeln. Alles dicht. Gut, wenn du soweit bist, spring mal runter. Hinter dem Schiff ist Loot. Mhm. Alles mal anfassen. Bin schon fleißig am Tatschen. Ah shit, jetzt werden wir... Auch noch der... Boah. Ja, die drehen auch... Ich glaube wir sind eh am Rand der Map, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Schermökelz? Nee, also wirklich am Rand nicht. Nö. Jetzt... Jetzt wollen wir ran, doch. Moin Jungs, ich helfe euch mal. Nee, nee, ich drehe... Oh shit. Ich muss zu diesem blöden... Ich fährt so komische Pirouetten. Pirouetten. Nee, ich meine, ich helfe unserem Zweimaster-Kollegen hier gerade. Ach, das war also jemand Fremdes. Okay, danke. Ja. Oh shit, wir werden von vorne... So, jetzt glaube ich müsste gleich wieder schießen können. Ja. Ja. Wir stehen saufblöd. Nur eigentlich perfekt, ich kann Fugeln rüberwerfen. Ach so. Das waren meine letzten... Ich habe gerade auf der Elbe gemacht. Oh Gott, können wir zu euch um den Loot erstmal hinten? Ich kümmer mich mal um die Löcher. Ich kann jetzt von euch jemand zu uns rüberkommen und sich eine Lagerkiste nehmen und mit Fugeln drin, dann hat es ein bisschen was. Nett. Dann ist du rüber, Dio, schnell zu Mano. Das ist während der Fahrt etwas schwierig, mal gucken. Ja, wir sind relativ langsam. Macht ihr mal so, ich kann das machen so. Ich bin eh gerade bei euch zweimal dann hier. Achtung, wir rammen die Tikali gleich. Ach, hier ist noch eine Lagerkiste, ich habe eine im Wasser gerade. Ich hoffe, da ist was drin. Ja, sie laufen aber schon vor, oder? So, ihr als Zweimaster braucht die Kugeln, ne? Ja. Ich muss gerade klarkommen, wer halt wer ist. Ich glaube, die gehen gleich noch nach. Hier sind Kugeln drin, 31, passt. Ja, ich helfe euch mal beim Reinpacken. Ne, lass die hier oben, lass die hier oben. Ach so, ah ja, klar, klar. Hilfst du mir mal beim Anker, schnell bitte. Jo.